Ich hab einen ziemlich lustigen Rezo-Clip äh, Rees geschickt. Scheiße, warte mal. Hm, hier. Ja, das Ding ist, ich darf das Wort Drogen eigentlich nicht so oft sagen, weil wenn ich das hier jetzt auf YouTube nachher hochladen möchte, dann wird das ja ganz schnell entmonetarisiert, wenn ich Drogen sage. Ich muss was anderes sagen. Ich muss... Weiß ich nicht. Ich... Rückwärts. Nee, go. Dude, ich hab's so funny, holy shit. Oh. Jesus.